Ich danke dir natürlich, dass du das konzentrieren kannst. Hm, das geht nicht. Aber das geht nicht ganz aus. Zeig dir den Arm, Julia. Hopp, hopp. Raus. Warte hoch. War die Marilie so heilig deine Arme an, ganz schnell? Hey! Entschuldigung. Ja. Na, dann musst du es mehr. Ja. Uah! Schau! Dass die Mischung Computer einwandern. Ja. 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 Du musst dich trauen, Julia. Julia, willst du halten? Ja. Du musst dich trauen, weil wenn du nicht richtig rumnimmst, dann kommst du nicht hoch genug. Du musst dich trauen, weil du nicht richtig rumnimmst, dann kommst du nicht runter. Du musst dich trauen, Alter. Untertitelung. BR 2018 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 Svenja, sollen wir gleich nochmal probieren, den Handstand am Schluss? Oder kannst du nicht mehr... Ach man, das ärgert mich so. Ich bin so eine Schisskatze. Übertreibst du aber nicht? Du musst drauf, mir muss ich nicht... Ach, ich hatte gedacht, muss es... Ich kann nicht... Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.